Das heißt, ich sage einfach Hallo, ich bin der Stefan und ihr macht den Rest. Alles klar, das wird großartig. Willkommen bei Easy Immunology. Mein Name ist Stefan. Ich bin die Alex. Und ich bin die Clara. Ich studiere Biologie und ich fange bald meine Masterthesis an. Und ich habe die beiden bei einem Immunologie-Kurs kennengelernt in der Uni. Und fand es total cool, was die gemacht haben. Und seitdem mache ich bei dem Instagram-Account mit. Genau, und dadurch hoffen wir, dass wir euch auf verschiedenen Kanälen das Wissen vermitteln können. Und hoffen, dass ihr dadurch auch noch ein bisschen mehr Spaß an unserem Kanal habt. Mit diesen Worten hoffen wir, dass ihr bald eine neue Folge von uns seht. Und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Ich mache mich wieder stumm und sage nichts mehr für den nächsten Mal. Und seitdem wollte ich mitmachen und mache jetzt auch den Instagram-Account. Instagram-Kanal-Account von diesem Kanal. Wie wäre es, wenn einfach nur ich sage und ich bin die Clara und den Rest regelt hier. Ja. Ja.